Moin, ich bin Julian vom Chorverband, ich bin Jugendreferent und wie ihr hört es vielleicht im Mittagrund überall in der Stadt, hier in Tetero wird gerade gesungen und damit ist ja genau unser Konzept aufgegangen. Fast 800 Sängerinnen und Sänger sind hier heute in der Stadt und da ist uns ein großer Stein vom Herzen gefallen, als wir heute morgen das gemeinsame Einsingen auf dem Marktplatz gemacht haben. Das war super cool, alle haben mitgemacht, alle haben mitgeklatscht, mitgesungen, mitgetanzt auch und so ist es heute den ganzen Tag. Überall sind hier Konzerte in der Stadt gewesen. Jetzt finden gerade die Workshops statt. Wir haben sechs wunderbare Workshops-Dozierende hier dabei, aus ganz Deutschland, ein Streetdance-Weltmeister, PopsängerInnen, Theaterleute, alle sind hier dabei und feiern mit uns gemeinsam ein großes Chorfest. Hallo, mein Name ist Stefan Müller und meine Funktion beim Chorverband ist, dass ich der Landeschorleiter Mecklenburg-Vorpommern bin und der eigentlich den Chorverband künstlerisch beraten soll. Ja, wir sind ganz begeistert, dass der Tag so schön verlaufen ist und dass unsere Erwartungen eigentlich voll sich erfüllt haben. Das Wetter hat mitgespielt, es waren so viele tolle Leute da, überall wurde gesungen. Wir sind alle rundherum zufrieden, dass es alles wirklich so toll geklappt hat.